Am Dienstag hat die Rostocker Polizei in Teutenwinkel Wohnungsdurchsuchungen nach Drogen durchgeführt. Speziell ausgerüstete Polizeibeamte stürmten zwei Wohnungen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 31-jährigen Rostocker. Bereits gegen 7.30 Uhr rückte die Polizei aus und sicherte zunächst die Ein- und Ausgänge. Das Ziel der Beamten waren zwei Wohnungen. Zum einen eine in der Straße zum Lebensbaum, sie gehört dem 31-jährigen Beschuldigten, und zum anderen eine in der Martin-Luther-King-Allee, sie gehört Bekannten des Gesuchten. Mit einer Ramme verschafften sich die maskierten Polizisten Zutritt in die Wohnungen. Beide Zugriffe fanden parallel statt. Zwar konnten Bekannte des gesuchten 31-Jährigen angetroffen werden, er selbst zunächst aber nicht. Zusammen mit Mitarbeitern des Kriminalkommissariats durchsuchten die Polizisten die beiden Wohnungen nach Drogen und wurden schließlich fündig. Laut der Polizei war die Durchsuchung erfolgreich. Was die Beamten genau an Drogen sichergestellt haben, wollte man aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens aber nicht mitteilen. Nachdem ein Spürhund Keller und Wohnräume durchsucht hatte, kam der Vierbeiner auch bei zwei vom Beschuldigten genutzten Transportern zum Einsatz. Offenbar wurde er auch hier fündig. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020